Boah Leute, es ist der 20. Part und wir sind mitten in Bosers Ultra-Vergnügungspark. Es ist immer wieder traurig zu sehen, wie Bowser seine wirklichen Kompetenzen einfach verschwendet. Er will einfach mal der Bösewicht seiner Bruder da total schlecht drin ist, ja. Aber hier guck mal, was er so auf die Beine stellt. Das wäre doch viel krasser, aber nee. Naja, falsche Kompetenznutzung. Was soll's Leute? Ihr nutzt eure zeitlichen Kompetenzen, um wieder einzuschalten. Alter, guckst euch das an. Oder? Ihr wisst, was ich meine, oder? Bowser könnte unendlich reich werden. Aber gut, wir machen hier weiter in den nächsten Level-Welt. Level 3. Süßes Räderwerk. Oh, mit Keksen wieder? Sind wir wieder im schlimmer Land? Bestimmt in so einer Abart davon. Let's go! Schön Kuchen essen. Wow, wow, wow! Oder erst mal fast den Toten in den Sprung. Okay, die springen, wenn ich springe und sind dann lang in der Luft. Okay, go. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier in der Abkürzung. Boah! Hamsen! Klups! Oh, nein, der Pilz auch mal! Egal! Die, 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 die. Na, moi! So, ich soll eigentlich da woanders, warum kann ich mich einfach cheaten? Ich kann komplett cheaten. Komplett über Skip, da-da! Oh je! Sind auch was coole drinne, hier kann ich den Unboxen. Das ist ja voll fies! Man kann einfach Gegner schon unboxen, weil früher war das ja, ihr wisst ja, eine Spieler-Zwei-Funktion. Das ist ja jetzt wirklich ja ultramächtig. Bitte! Hat natürlich trotzdem Angst, dass wir irgendwie einen Stern oder sowas verpasst haben. Okay, die springen, ja, denn, 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 denn. Aber hier ist kein Stern. Ganz eindeutig nicht, Mann. Ja! But that beat it beat. Ups, okay, noch geschafft. Dann gucken wir mal weiter. So, okay, hier geht's aber irgendwie alternativ hoch, oder? Ist ja wohl... Ja, ist ja klar, das sieht doch jeder als Schwäppen. Au! Aber vielleicht geht's ja noch weiter hoch. Da muss ich Gewissheit für haben. Äh, hier geht's einfach... Oh, was zur Hölle? Okay, nee. Haps. Stern ist auch der Richtige, in der richtigen Reihenfolge. Boah, ist nicht so was, Alter. Boah, boah. Okay, wir sind zu schnell. Haps. Du, 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 du. Das ist ja verdächtig. Das ist ja mega verdächtig. Irgendwann unsichtbarer, hm? Hm? Ne, nur Cash. Du, 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 irgendwann war... Zack, erstmal Big Mario. Okay, das ist... Das verrät jetzt nicht so viel, wo irgendwas ist. Aber okay, voller Pflanzen. Nee. Okay, danke schön, kleine Fee. Jetztmanialnyagraden. Tada! erhält die heute gehen sie da auch auf die 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 sich über die Pflanzen wenn er nicht wieder bei den Pflanzen hier hat es die 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 ams bevor ich hier bevor ich da reingehe erst mal hier alle killen den Stern oder hin das ich hoffe ich mache jetzt nichts falsch da ist der Stempel ich habe ihn gesehen da komme ich hin da komme ich nicht zu dem Stempel müsste dafür der hat einen Pumpegang Power Up hoffentlich reicht noch die Zeit dafür aus ja da ist er wieder da ist er wieder auje der kann nämlich runter going Bams Boots Boots so los das rein hier komm her ein Stempel nach wie schön Stoop alles klar und das macht jetzt vieles leichter boah guckt euch die Reihen an wie sie fallen und hier mal kurz jetzt so ein Falle das wäre fies aber ne ich hoffe ich hoffe jetzt der zweite Stern mal gucken wow das 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 ich habe den Stern okay wie ist der boah den Stern eingesammelt hat also doch was gebrach und sogar der zweite der richtige so der Typ bist du ganz alleine jetzt wo sind wir zu Freunde hin die sind tot wow ja ok ich weiß Mist oh nein hoffentlich hätte ich jetzt nicht auf die Röhre langgehen müssen bitte sagen ich hätte langlaufen müssen ja ok gut noch soweit alles im grünen bereit warte wo ist jetzt der letzte Stern ich hätte doch da langlaufen müssen ach ich werde bekloppt ja 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 na gut oder ich hätte ja vorbeispringen müssen ist der ja am anderen am Rand wo war denn der Stern egal das sieht so komisch aus dass es bis nach dem Ziel noch irgendwo hin weiter geht naja guck ich nochmal nach guck ich nochmal nach oh der kleine Toad mit Bumerang gut abgeschlossen hüpps kümmern wir uns später drum ja so hab ich noch ein Level vor mir okay nochmal Gambling nö brauche ich ne so oh wieder der Eisenbahnzug stimmt ja so den kennen wir doch Stoop in Gold oder aber auch schon in Normalen im Sturm auf Bowsers Schergen Express Lähtze gut dann stimmt wir einmal Stoop richtig Rumbelplatz wieder ja hälte ich mir erst mal mitnehmen der Schuss ging daneben wow boys boys das ist ja schon der Stern da oben du 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 hups was soll das wö nein Mario Tränen hier alles klar Mario bist cool Mario hier einfach genau richtig ungünstiger ging es nicht genau hinter dem Schild so also das ist aber leid ich bin unter dem Schild gelandet Mensch das ist ja Zug sich bewegt Alter hups aua nö so nicht so nicht gleich noch mal bum bum ich will da richtig hochkommen flups so easy so mach ich das gerne okay wups jetzt rass ich dir richtig aus sowohl nicht zuvor eigentlich nenne ich dass sie irgendwas kaputt machen müssen eigentlich aber ne sieht es aus tschüss mal eine belohnung nicht von dem wasser ich kann gar nicht unter wasser hier dringend machen okay aber der weiß ja den den stern geschuldet dafür wird ja nicht mehr einsammeln das ist echt da hoch springen ich hasse diese wenn man von links nach rechts läuft und dann aber halt in den raum reinschießen will man kann nur diagonal nach oben und nach unten kommt immer dann dann springt man immer daneben die das ist ja einfach in ruhe wusste ja nicht killen die haben ja gar nichts schubs hier ist was er ein über sie oder nicht die vorliegte gucken jetzt mal wissen geht es aber verzögert den grad war so musik ist eigentlich der hoch oder da rein der steppel ist da oben mann vielleicht kann ich ihn holen will ich hier mal kurz raus und das geht nicht okay dann halt jetzt nicht weißt du was das ende da muss irgendwo also noch ein stern sein diese dinger wenn du so unter eile stehst ja gibt es gar nicht aber gut ich muss halt diese dinger benutzen um hoch zu springen und ab der fiecher haut ab waren die komischen er weiß ich nicht was die für die kombination aus schildkröten und geiern sei das wird ja nicht darstellt schön einfach das cash können es ist eine abkürzung sehr schön sehr schön sehr schön jetzt aufpassen muss jetzt hoch egal hier wo die wir kommen jetzt hoch zu euch nein mache nicht durch die tür gehen warum ist verrückt jeder wieder raus kommt denn jetzt auch auch hier ist das echt am besten einfach mit dem katzenanzug das wird das beste einfach mit catshut kein ding die bracht jetzt haben wir jetzt den stern ich jetzt will ich nochmal zurücklaufen kann für den stempel aber okay ist nichts schweres doch ist er doch der stempel aber der bildschirm ist der fiese und kippen stelle so wer wir jetzt wieder den lokführer spielen pam pam schon wieder dünn schüchischisch wo das ist ja fies bade dünn dünn alle zeit der welt tja was machst du jetzt ja ich echt sagen sobald ich wieder einen katzenanzug mal irgendwie bekomme zack würde ich dann gleich nochmal da reingehen in die eisenbahnwelt natürlich schön aufpassen wir freuen sich ja auch so eine endwelt wo man nachher nicht am ende ist und ja ja gut gemacht mario du bist echt der größte wir müssen hier nochmal backtracking machen weil er dann doch nicht so drauf hat ne vielleicht mal mit luichi Ah, da muss ich mich da an andere Springphysics gewöhnen. Da kommen wir jetzt auf viele Welten noch. Arbeitsblick hier oben? Kann ich von hier aus irgendwo was mir aussichtsmäßig schon mal angucken? Oder... Nee, ich glaube, er ist doch sowas wie das Zelt mit dem Fädenstempel. Der kommt bestimmt erst durch irgendein Level als Belohnung. Boings, boings. Na, boings. Erkommt sich das an, ey. Boah! Total krass! Nee, dann die nächste richtige Welt. Ist die vierte hier. Geheimnisvolle Pfade. Hier ist Welt 5. Okay, nee, dann... Geheimnisvolle Pfade hast du? Das macht der Mario. Let's go! Ich glaube... Okay, das ist ja einfach. Die sind also die ganze Zeit da. Bloß man sieht die halt nicht. Das ist ja einfach. Ah! Umso einfacher mit Bumewang. Ich kann ja auch selber damit stampfen, um ein bisschen was genau, ein bisschen was sichtbar zu machen. Also hier würde ich jetzt natürlich gerne wieder kurz mal hier hoch. Kann man schon richtig weit nach hinten gucken? Geil. Aber hier ist nichts. Okay, da haben wir schon mal einen Stern. Und jetzt ist es vorbei, jetzt muss ich selber dafür sorgen, dass ich hier was sehe. Oder halt immer, ja, durch selber laufen halt. Will ich nicht eigentlich runterfallen? Das wird hier irgendwie so... Ich will die halt so erwischen, dass ich hier dann runterfallen, wenn die dann kaputt. Genau wie er da gerade, genau so. Okay, Achtung. Got the first star. Okay, Checkpoint. Perfekt. Gut, weil die fest sind jetzt irgendwo nach links, werden sie heimnehmen. Ich seh sie eigentlich, ne? Das ist in der Mitte ein Loch, ja. Ja, genau. Hier soll ich jetzt nach Münzen angeln, oder was? Ich glaube es ja auch. Okay, aber in der Mitte ist hier eine ganz große Fläche. Okay, gut, also kann ich wirklich sagen, die Rolldinger sind das gefährliche... Gefährliche... Au je, hups. Hihi, zweiter Stern, super gemacht Mario Boys. Das war schlecht, Mario. Mach vielleicht jetzt gleich ein neuer Bumerang, komm schon. Bis bei uns. Ja! Ich hab so ein Lack. Den, den, den. Ja, das jetzt ging... Natürlich ist es keine gerade... Oh, keine gerade Strecke, aber kein Ding. Oh, was so? Ey, Katzen. Oh, ist ja fies. Okay, da hat man jetzt echt... Das ist aber, also Game-Design-mäßig natürlich, haben sie es gut gemacht, dass man da gewillt ist, drauf zu stampfen, weil dann hat man den Weg danach gesehen. Cool. Da haben wir schon mal den Stempel. Und anderen Krempel. Und das ist wirklich auch die... Ist das eine Mission? Die ich da gerade gesehen habe? Warte, dann... Uff. Ja, aber doch, okay, alles klar. Stup! Letzter Stern, Alter! Ja, natürlich muss ich es erstmal noch schaffen. Okay. Dum, 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 dum. So. Geh wieder nach oben? Ja, 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 ja. Ja! Guck! Stup! Wir haben alles. Uff. Buh, ba, ba, ba. Es ist natürlich cool und schön, wenn man die alle hier vorher kaputt macht, dass man denn... Ihr seht aber, wie das meine, ne? Mit diesem Bumerang und den Werfen. Der trifft aber nicht genau da, wo er hin soll. D, d, dum, dum. Wow. La. Okay, ist klar. Ja! Stup! Das sieht doch wieder nach einem gut geschafften Level aus. Müssen wir hier erstmal wieder gucken. Wo ist hier... Oh, Mann, Mario, hör doch mal auf. Nicht immer das machen, was du dir ja nicht machen sollst. So, hübs. Ja! Er hat es geschafft. Gleich ganz oben ran gescootet. D, 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 d. Yay! Super gemacht, Mario. So, ich weiß nicht, ich schaffe, glaube ich, noch ein Level, ne? Ja, aber machen wir noch ein Level, bevor ich dann irgendwie, ne, beim nächsten Mal auch wieder ein bisschen Backtracking machen muss. Es geht nicht anders. Ich werde alles komplett haben, bevor ich hier zum Bowser gehe. D, 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 d. O, 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 oi, iiihim, da haben wir das Zelt. Perfekt! Wir könnten ja ein Level skippen, aber nö, ey, das ist nochmal so ein Spuchhaus. Und hab wirklich... Hups. Nein. Nicht Online-Game, ich wollte A drücken, sodass nicht er. Bam, düm, düm. So, da kommt die mal hell von der roten Fee. Excellent! Und die ist... Oh, guck mal, die ist richtig aufgeregt. Oder sie hat Angst. So, haben wir alle Feeen. Als Stempel auch noch. Keine Ahnung, wann die ihre Rechte dafür abheben haben. Von wegen, ja, dürfen wir ihr Aussehen als Stempel vermarkten und an Mario verscheuern? Na klar, weiß ich jetzt nicht, aber ist erstmal nicht so wichtig. Oh nein, ein Wasserlevel. Windende Wassergänge. Windend? Also wie jetzt? Ich wollte doch gar nicht... Okay, hier schlägt einfach das Wasser. Ich habe an hier meinen Boomerang, der sollte mir helfen. Natürlich werde ich hier erstmal gucken, was hier ist, wenn das Wasser hier nach ganz oben geht, ne? Hier kann ja schon ein Geheimnis sein, aber ist es nicht. Haps, tschöps, haps, twepen. Ja, richtig geil mit so einzelnen Wasserblöcken, die ganz komisch rumschweben. Ja, boah. Mario, komm schon, du kannst doch, du kannst doch die Weid wollen jumpen. Cool. Aua. Okay, da waren wir schon mal den Stempel. Gleich ganz am Anfang. Schneller, Mario, schneller. Na. Knapp. Das ist die Frage, ich muss, glaube ich, nach oben weiter, ne? Dann kann ich hier nochmal schnell ein bisschen... Ah, Ketsumarion. So, sehr schön, aber den will ich erstmal nicht. Stoop. Den will ich wieder benutzen später, denn. Um nochmal an den Stempel dieser Zugwelt zu kommen. Das macht das, glaube ich, alles einfacher. Haps. Nein, nein, du hast... Haps. Ich mach lieber Wall Jump. Dü, dü, dü. Ba, da, da. Okay, da, oh, wo ist denn da oben? Da leuchtet es richtig auffällig, wisst ihr? Ich hoffe, das Wasser trägt mich bis dann. Macht es ja ja nicht. Okay, wartet dann. Doch, kurz mal hier mal Augen aufmachen. Au, je. Ist sogar der Erste? Perfekt. So, dann aber wieder... Switchen. Ist gut, dass man echt quasi switcht. Oh. Warte, ernsthaft jetzt? Ja, nochmal schon mit Plessy hier rumwaisen. Na gut, warum sieht die Wand hier so komisch aus? Geheimgang? Ne. Okay, Plessy, komm, wir schaffen es. Wir haben doch bisher alle geschafft zusammen. So, komm, wir sind bloß Kaulkorb. Ich wollte schon sagen, die kannst du da einfach so umkicken, oder? Wird der schon nach einem Sternen Ausschau halten? So, nach habe ich keinen gesehen. Dü, 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 dü. Na, das war der schon. Ernsthaft jetzt? Ey, wenn da jetzt ein Stern ist, ne? Hier riecht nochmal schnell. Hier ist da bestimmt irgendwas. Ist doch gut. Jetzt kurz mal hier am Rad. Guck mal, ist das denn da? Da ist doch was. Hab's gewusst. Hopp, wieso würde ich der zweite Stern? Nicht, dass der jetzt bei Plessy doch irgendeiner war. Au, jem. Das war ja wirklich. So, dann wieder switchen. So hebt man sich den auch auf, falls hier wirklich noch der letzte Stern auch gefordert ist, mit Dings zu schaffen. Mit Katze. Hups. Dü, 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 dü. Oh, nee, ah. Nee, nee, nee. Doppelblick jetzt nicht. Ich finde den Bumerang nämlich eigentlich echt gut. Der Bumerang, der hilft mir doch hier. Gegen diverse Gegner. Hups. Weißt du hier, welche kommen? Hups. Ja, toll. Das ist bewirkt. Hups. Wie cool. Voll die geile Art und Weise hier. Hups. Level zu spielen. Hups. Gut. Okay. Oh shit. Das war jetzt. Ultra fail. Hups. Okay. Das hat noch geklappt. Ah. Okay. Oh, wie fies. Aber warte, ich habe noch eine Katze. Sieht da, sieht da. Deswegen. Das schuch. So, ja. Oh, das muss ich nicht in die Ruhe rauszusehen. Ah. Bonus room. Musik ist so geil. Der Sound effect, besser gesagt. Ich wollte sagen, wieder ein Level complete, wa? Toll. Okay, ja. Mit Wasser ist natürlich hier ein bisschen. Ja, ich habe es doch. Ich bin doch schon dabei, Mensch. Ist doch alles gut. So, okay. Also. Au, yeah. Bingo. Geschafft. Oh, guck mal. Habt ihr das gesehen? Da sah es auch wieder so aus, als ob es hinter der Wand dann irgendwo hingeht. Hinter der, hinter dem. Boah, der würde mich jetzt auch wieder interessieren. Aber es kann nur irgendwie was, eine Art von Leben sein oder so. Boing. Ui. Kaul, Quappel. Na gut. Leute, das soll es auch mal ein bisschen sein. Hat wieder geklappt. Ah, was ist da jetzt hinten am Ende des Levels gewesen, ne? Wir werden es wohl nie erfahren. Eingrechner von mitten im Leben. So, und da ich jetzt schön die Katze gerade habe, würde ich beim nächsten Mal einfach so damit anfangen, ja ganz schnell, ich verliebe es uns bestimmt wieder hier den Stempel zu holen. Geht doch, ratzefatz. Ja, und hier fehlt irgendwo noch ein Stern. Vielleicht macht er wirklich beides. Wir werden mal sehen. Leute, vielen Dank wieder fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.